Untertitelung des ZDF, 2020 Ich möchte dir Fred und Wilma vorstellen. Und das hier ist Bam Bam. Das wird schon alles wieder gut. Governor Haskell, wir haben uns gefragt, ob Sie ein Schiff organisieren könnten, das die Eisdecke aufbricht. Ist das Ihr Ernst? Wir brauchen nur die Kooperation des Gouverneurs, aber dem Gouverneur ist das Schicksal der Wale offenbar egal. Ich hasse diese Frau. Wir werden alles Menschenmögliche tun, um diesen armen Tieren zu helfen. Die Nationalgarde schleppt den Eisbrecher an seinen Bestimmungsort. Es ist eine monumentale Aufgabe. Alles konzentriert sich auf die Rettung der Wale. Der Alltag in Barrow ist zum Erliegen gekommen. Vom Schulkind bis zum Ladenbesitzer arbeiten alle daran, den Walen ins offene Meer zu helfen. Wo ist Bam Bam? Er taucht nicht mehr auf. Vielleicht ist er verletzt. Darunter zu tauchen ist viel zu gefährlich. Der einzige Eisbrecher, der rechtzeitig vor Ort sein könnte, gehört den Sowjets. Ich will verdammt sein, wenn ich die Roten hier die Helden spielen lasse. Dann werden die Wale sterben. Auch wenn sie ziemlich groß und stark sind, sind sie uns doch sehr ähnlich. Auch wir sind verletzlich. Auch wir haben manchmal Angst. Und auch wir brauchen manchmal Hilfe. Auch wir haben Angst. und ich habe Angst, bei welcher Zeit verletzt. So ich habe noch Angst. что du hinterher plane müssen. Vielen Dank.